Da ist noch etwas. Schäfer hat einen Eurotibeter aufgenommen und mit nach Deutschland gebracht. Einen Eurotibeter? Wieso haben Sie das nicht verhindert, Säger? Er hat uns wertvolle Dienste im Gebirge geleistet. Ohne ihn hätten wir die Stollen niemals gefunden. Wie ist sein Name? Unaussprechlich. Wir haben ihm einen eigenen Namen gegeben. Und? Der wäre? Berger. Schäfer hat ihn Berger genannt, weil er fast verwachsen mit dem Massiv schien. So. Wann kann ich ihn sehen? Ich fürchte, das ist derzeit nicht möglich, Gruppenführer. Was soll das heißen? Berger ist seit der Ankunft in Deutschland verschwunden.